Verehrte Zuschauer, liebe Elliot Waver, willkommen zu einer Gold-Wochenanalyse. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Zu Beginn das ganz große Bild. Wir befinden uns hier am Beginn einer großen Welle 5, die hier in diesem Bereich oberhalb von 2046 bis 2200 Punkten ihren Abschluss finden wird. Dort stehen wir ganz am Anfang in der ersten Fünferbewegung und die zeige ich Ihnen jetzt als nächstes. Seit dem Tief haben wir eine Welle 1 ausgebildet und eine Welle 2. Hier ist insofern jetzt noch vor sich geboten, als dass diese Welle 2 hier einen Rücklauf hatte von 98% und hatte ihr Tief bei 1616 Punkten. Dort haben wir gleichzeitig unsere Make-or-Break-Linie. Das heißt, falls doch dieses impulshaften Anstieges hier der Kurs nochmal unter die 1616 Punkte fällt, dann muss die Zählung angepasst werden. Würde auch gleichzeitig bedeuten, dass die Welle 4 hier noch nicht beendet war. Und jetzt werde ich mal ein paar Unterwellen einblenden. Das Ziel dieser graufarbenden Welle 3 nach oben ist hier oben in diesem Rechteck, was jetzt leuchtet, im Bereich von 1762 auf der Unterseite und 1788 auf der Oberseite. Darunter befindet sich dann hier diese erste steigende Impulswelle dieser Fünferwelle, die letzten Endes hier die Welle 3 beenden wird. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Hier haben wir jetzt sehr impulsiv die Welle 1 ausgebaut bei 1675 Punkten. Sie sehen hier schon, man kann es vielleicht auf dem Bildschirm etwas schwach erkennen, hier, dass sich hier eine Welle 2 ausbildet. Das voraussichtliche Ziel dieser Welle 2 liegt allerdings hier in diesem grünen Hochkantrechteck. Auf der Unterseite 1636 Punkte und auf der Oberseite, das kann man jetzt gar nicht so gut erkennen gerade, das sieht aus wie 1647 Punkte genau. Das ist die voraussichtliche Zielzone der Welle 2. Im Moment ist sie auf einem Kurs von 1667 Punkten. Das bedeutet nun, natürlich könnte sie hier vorbei sein, bereits die Welle 2, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Sie werden also im ersten Schritt wohl nochmal fallende Kurse sehen, bis in diesem Bereich hier. Anschließend wird sich dann die Welle 3 ausbilden und den voraussichtlichen Zielbereich dieser Welle 3, den zeige ich Ihnen auch noch. Dazu habe ich jetzt die Welle 2 mal an den Beginn dieses Zielbereiches gezogen, damit wir auch ein realistisches Bild davon erhalten, wo die Welle 3 sich befinden wird. Wenn die Welle 2 ihr Ziel im Bereich zwischen 50% und 61,8% Rücklauf findet, wird die Welle 3 in den Bereich von 1731 bis 1746 ausdehnen. Also es ist also darauf zu achten, auf der Unterseite darf die Make-or-Break-Linie hier bei 1616 nicht reißen. Und wenn wir jetzt sofort nach oben gehen, dann ist es natürlich auch möglich, dass die Welle 1 noch nicht ganz zu Ende war. Das heißt, hier müssen Sie auf jeden Fall erstmal abwarten, bis sich eine saubere Welle 2 ausgebildet hat. In dem nächsten oder übernächsten Update werden wir dann Klarheit haben. Und dann können wir auch genauer ermitteln, wo die Welle 3 liegt. Denn das ist eine sehr lange und starke Bewegung, die wir zu erwarten haben, die sicherlich sehr interessant ist, zum Handeln. Soweit zum Gold für heute am Sonntagabend. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Mein Name ist Frank Schuh von Elgert-Räuver-Light.